Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 30. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1340 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Apple Music Classical, Reality Pro, Tesla, iOS 16.4, Alibaba, Amazon, Matter, Apple Pay, Nokia und Oppo. Ja, zwei Episoden sind ausgefallen. Es tut mir sehr, sehr leid. Es ist wie immer ein bisschen kompliziert. Dazu aber nächstes Mal in einer Spezialausgabe in dem Sinne. Ich würde sagen, ich stürze mich jetzt gleich in die Themen. Was ist passiert in den zwei Tagen? Zum einen ist Apple Music Classical endlich ausgerollt. Ich bin mega happy. Ich habe mega Freude an der App. Ich kann da auf über 5 Millionen Titel zurückgreifen. Klassische Musik von ganz, ganz alten Künstlern, wie man sie kennt. Beethoven und so weiter und so fort. Ihr kennt sie alle, die grossen Namen. Aber auch aktuelle, klassische Aufnahmen etc. Das ist richtig ein schöner Fundus. Und ich könnte den ganzen Tag Musik hören, wenn ich dann nur so viel Zeit hätte. Aber ich kann sie ja jetzt ab sofort nutzen. Vor allem, was mir ganz gut gefällt, ist, dass meine vorherigen klassischen Playlisten, die ich mir in der Apple Music App gemacht habe, auch hier drin habe. Und auch wenn ich hier drin Musiklisten zusammenstelle, geht das rüber in meine Apple Music App. Das heisst, ich kann immer an beiden Orten, wo ich bin, auf die klassische Musik zurückgreifen. Das gefällt mir sehr gut, weil beides passiert auf der gleichen Mediathek. Was gibt es ansonsten noch zu sagen? Probiert es einfach aus. Wenn ihr eh Apple Music habt und oder die Möglichkeit habt, es testen zu können, dann könnt ihr ja mal einfach reinhören. Weil es ist ja mit inkludiert. Aktuell nur auf dem Smartphone, sprich auf dem iPhone nutzbar. Android soll nächstens folgen. Wie es ausschaut mit dem Mac und dezidierten iPad Apps, das kommt irgendwann auch in Zukunft noch und oder nicht. Da muss ich noch genau durchsteigen. Aber es lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut nutzen. Auch hat Apple erklärt, warum es eine separate App dazu gibt. Das liegt ganz einfach daran, dass eben Titel aus dem klassischen Musikbereich ganz anders aufgestellt sind. Da sind meistens noch Orchester mit dahinter. Da sind Dirigenten dahinter. Da sind Komponistinnen und Komponisten, die dabei sind. Und das braucht halt einfach mehr Möglichkeiten, um abzubilden. Mir gefällt es, wie schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ich spreche hier nicht allzu viel von Gerüchten. Und ich bin auch noch ein bisschen zwiegespalten, ob wir es wirklich schon sehen werden. Ich kann mir es sehr gut vorstellen. Aber anscheinend soll Apple Reality Pro, so nennt sich zumindest intern, das Mixed Reality Headset, was Apple im Juni vorstellen sollte, beim internen Event gezeigt haben. An 100 Apple-Führungskräften, den wichtigsten von den Apple-Führungskräften, soll das Gerät schon mal vorab gezeigt worden sein. Die konnten den ersten Einblick haben. Man will auch, so munkelt die Gerüchteküche, wissen, dass das um die 3000 Währungseinheiten kosten wird und dass da später noch ein zweites und drittes Variante dazukommen wird, die dann auch günstiger sein werden. Somit könnte es sein, dass es ähnlich wie bei der Apple Watch damals bei der Einführung war, am Anfang recht verhalten starten wird, aber dann abgeht wie nichts anderes. Wir werden es sehen, wenn es dann soweit ist. Aber jetzt genügend der Gerüchte, nee, jetzt gehen wir wieder zu Tatsachen über. Tesla hat die Supercharge-Netzwerk oder ihr Supercharge-Netzwerk nun grossflächig für Fremdmarken geöffnet. Es wurde ja zuerst in den Niederlanden und dann ein paar anderen Ländern ausgerollt, dann auch in der Schweiz Ende letzten Jahres auf die ersten einzelnen Stationen mal getestet. Da konnten dann sich irgendwelche andere E-Cars auch mit aufladen. Und ja, jetzt wurde es komplett geöffnet. Aber nicht nur in der Schweiz, auch in halb Europa. Italien ist dazugekommen und somit verbreitet sich die Möglichkeit, ein E-Auto und E-Cars schnell zu laden, deutlich, deutlich mehr, weil eben hier mit den grossflächig verteilten und vor allem immer gut bestückten Tesla-Stationen da einiges mit dazukommt. Dann hat Apple gestern, vorgestern war es glaube ich, iOS 16.4 rausgebracht und natürlich auch für das iPad. Ja, und da sind ein paar Dinge drin, wie die neuen Emojis, Tier, Handgesen und so weiter und so fort. Die Möglichkeit von Web-Apps, die Push-Notifications versenden, dass die jetzt auch im Homescreen ankommen, ein paar Geschichten im Foto, Voice-Over und so weiter und so fort, ist alles mit dazugekommen. Unbedingt installieren, vorab noch ein Backup machen, ist sicherlich nie verkehrt, aber auf jeden Fall installieren du solltest da draussen. Genau. Alibaba, ihr kennt ihn vielleicht, den Konzern, ihr wisst aber vielleicht nicht, dass da sehr vieles dahinter ist. Das ist relativ analog zu Amazon, die ja nicht nur den Shop haben, sondern auch Bezahlungsmöglichkeiten, so etwas wie Apple Pay, Samsung Pay etc. Und dann gibt es auch noch die Cloud-Geschichten, also die Server-Geschichten, die auch Amazon hat, aber eben auch Alibaba. Und der Konzern war der chinesischen Regierung schon länger ein Dorn im Auge, weil da ein Mann, Jack Ma, die grosse Macht hat und eben auch die Möglichkeiten. Und deshalb war er ja auch in den letzten, ich glaube, knapp zwei Jahren, immer wieder mal verschwunden, auch längere Zeit weg. Da kursieren die wildesten Gerüchte, an denen ich mich jetzt nicht beteiligen möchte. Was aber passiert ist, etwas, was vielleicht bald auch mal Google und Amazon passieren wird. Die Zerschlagung ist eingetreten. Der chinesische Staat hat Alibaba das Unternehmen in sechs Unternehmen aufgeteilt, die dann wahrscheinlich an irgendwelche Parteigenossen gehen. Und ja, ziemlich unschön. Jack Ma soll anscheinend bei Alibaba bleiben, aber eben es ist schwierig. Ich bin mal gespannt, ob und wie es dann weltweit mit anderen solchen Firmen weitergeht. Wenn wir gerade bei Amazon waren, da gehen wir weiter. Amazon möchte vor Fehlkäufen warnen. Ein grosses Problem, das Online-Shops haben, ist, dass Leute viele Dinge bestellen und dann die Hälfte wieder zurückschicken oder noch mehr. Und das ist natürlich etwas, was die Kosten hoch treibt. Deshalb möchte Amazon bei Produkten, die eben viel zurückgeschickt werden, wo man davon ausgeht, dass eben dann das Produkte sind, die nicht so ganz passend sind, einen Hinweis machen, dass das zu der Kategorie gehört, der Gadgets, der Produkte oder was auch immer, die viel rückgängig oder rückläufig sind. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird. Auch wirkt sich etwas aus bei mir ist die Matter-Müdigkeit. Ich muss da mal drüber sprechen oder vielleicht gesagt drüber schreiben. Jetzt ist nämlich auch Philips Hue soweit. Sie haben angekündigt, dass das Update, was auf Ende des ersten Quartals hätte da sein sollen, also ziemlich genau jetzt, doch nicht kommen wird. Das Matter-Update wird sich noch herauszögen. Man sagt, dass man grossen Wert auf Qualität legt und deshalb noch ein bisschen warten wird. Und es ist einfach unschön, finde ich. Weniger schön ist auch, oder doch, Apple Pay Later, wie man es dann auch immer sehen möchte. Wenn das Geld da ist, kann man sich Dinge kaufen. Wenn es nicht da ist, sollte man nicht. Man muss aber auch bedenken, Apple Pay Later in den Staaten wird man vielfach wochenweise mit dem Lohn bezahlt. Also nicht wie bei uns, monatmässig. Und dann kann es ja mal geben, dass man halt dann gewisse Neuanschaffungen strecken muss im Preis. Und hier kommt eben Apple Pay Later dazu. Du kannst dir direkt aus der Wallet einen Kredit in dem Sinne beantragen für ein neues Produkt, sagen wir jetzt so ein MacBook, und dann das über die nächsten vier oder sechs, doch vier Wochen abbezahlen. So wie es dann halt eben von dem her passt. Ich bin mal gespannt, ob das auch zu uns nach Europa kommen wird und oder wie das da umgesetzt wird. Selber bin ich kein grosser Freund von auf Kredit bezahlen. Aber manchmal lässt es sich nicht verhindern. Somit ist das wahrscheinlich dann auch eine Wahl, die man treffen kann. Nokia baut auf dem Mond mehr Netz, als Deutschland wahrscheinlich jemals haben wird. Ich weiss, das ist böse, aber irgendwie schaut es ganz danach aus. Angekündigt schon auf dem Mobile World Congress dieses Jahres, oder weiss ich gesagt, vor ein paar Jahren. Aber dieses Jahr eben am Mobile World Congress konkretisiert. Da hat Nokia nämlich gesagt, dass sie dieses Jahr noch anfangen werden, die ersten Antennen in Form von so einer kleinen, ja, vierräderigen, einer kleinen Maschine, die dann über den Planet kurvt, ein Netzwerk aufbauen wird. Und das soll noch in diesem Jahr passieren. Wir dürfen also gespannt sein, wie lange das es geht, bis man auf dem Mond flächendeckend, in Anführungsschlusszeichen, dann Netz hat. Zu guter Letzt gibt es eine sehr unschöne Meldung. Und ich hoffe, die stimmt nicht ganz, aber leider kommt sie von ziemlich offizieller Stelle. Denn Oppo wird sich aus nicht nur Deutschland zurückziehen. So wie es aktuell geklungen hat, soll neben Deutschland auch UK, Frankreich und die Niederlanden Länder sein, aus denen sie sich zurückziehen. Man hat aber gesagt, sie werden sich nicht aus dem kompletten europäischen Markt zurückziehen. Das heisst, hier in der Schweiz wird man bleiben. Viel gemunkelt wurden auch über die anderen Firmen, die zur BBK-Gruppe gehören, namentlich Realme, OnePlus und Vivo und was da noch alles dazu gehört. Aber die soll es anscheinend nicht betreffen. Erste Meldungen aus OnePlus und näheren Umfelden sagen sogar, dass man sich aus Deutschland nicht zurückziehen möchte. Da dürfen wir mal gespannt sein, ob denn das OnePlus als Beispiel jetzt für Nokia zu klein ist, dass sie da auch noch dagegen intervenieren und oder ob sie das dem belassen. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. Und mich würde da mal Wunder nehmen, was da dahinter steckt, was da für grundlegende Patente sind, die eben Nokia sich so teuer bezahlen lässt, dass Oppo einfach sagt, das geht nicht. Das wäre schon mal spannend, wenn sich da jemand mal sich ein bisschen darüber Gedanken machen könnte oder besser gesagt, herausfinden könnte, wo das ist. Das war es mit den Neuigkeiten für heute. Ihr hört wahrscheinlich meine Stimme. Bei unserer Familie gibt es Angina und andere lustige Geschichten. Ja, ich hoffe, ich werde euch morgen auch wieder mit einer neuen Episode erfreuen können. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.